Nur weil du Prophet bist, wird irgendeiner verrückten Scheiße. Interessant. Belegen wir uns. Belegen wir uns. Halt die Schnauze, sehe ich genauso. Ich glaube, hier sind's was rein. Die Hälter so? Ich höre die nicht nur, okay. Jetzt kann ich nicht mehr. Das ist wahrscheinlich eine richtige Aufnahme. Irgendwann. Sieht sehr originalmäßig. Ich werde dich killen, Kollege. Du verstarbst alle Menschen. Das ist einfach eine höchste Chance. Alter. Jesus. Du hast mich verschwindet ins Killen. Oh oh. Jungs, überlegt euch genau was ihr jetzt tut. Wie ich sag's euch. Ich verstehe nicht mehr. Ich mach damit sowieso nur Scheiße. Alter. Oho, ich mach da mal weg. Astala. Ja. Mensch. Stirb. Und weg ist er. So, überlegen. Jetzt haben wir uns unterhalten. Okay. Okay. Das war alles was du suchen. Ähm. Bitte den Stempel noch mitnehmen. Ich würde ja eigentlich lieber rein. Aber die haben mich einfach nicht gelassen. Das war echt. Traurig. Juhu. Papa ist zu Hause. Papa ist da. Papa ist da. Hier willst du mich nicht angreifen. Komm her. Gut gut. Hey. Ich hab ein bisschen größere Wumme. Ey. Ey, da ist aber stark. Alter. Das sind hier nur. Ich hab' jetzt aber. Ein bisschen übertrieben. Zeppelin. Oho. Nachladen. Es ist ja super, dass er das. Ähm. Kann man hier irgendwie rein. Öffnen. Hallo. Bevor wir das machen. Junge. Ich hab' keine Ahnung, was die da an den Tollmann so finden. Der macht nur Scheiße mit denen. Die merken das nicht mehr. Will irgendwas. Hier kann man nicht irgendwie. Hier war da noch irgendwas. Hat noch irgendwas geleuchtet. Ich hab' keinen. Warte mal. Kann ich noch mal. Kann ich. Aber. Hier. Hier war's. Na gut. Hier noch irgendwas. Nö. Ne Bibel von. Da steht. Du wurd auf der Prophet. Aha. Die Welt. Für den Propheten. Fällig ist doch Schwachs. Okay. Ich bin sicher, ich kann das Ding gehen. Der Gott vergibt alles. Aber ich bin nur der Prophet. Also ich muss nicht. Amen. Amen. Wird der los? Jesus! Alter. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Dann lass mal springen. Hüah. Alter. So ne Scheiße, Alter. 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 Leget mir mal euch. Puh. Ich brauch mal ein bisschen Nahrung. Gibt's hier noch was ich euch fürs tun kann? Tja. Das ist ja bei denen war's. Die Frau hat völlig. Die Schätze töten soll. Die Schätze töten soll. Aber ich hab da ja ein guter Mensch und dachte so. Ich hab die nicht getan. Mann. Oh. Was geht, Kollege? Nö. Ich werd's mit dir sparen. Was haben wir hier? Ausrüstung. Tausend. Oh, wir haben doch halt Clubs. Voll teuer. Ja, ja, ja. Verlassen. Yeah. Nice. Oh, Mount Tower. Oh, Black Tower. Oh. Black Tower. I didn't please. Äh. Mach zuerst. Kann ich gar nicht lesen, Mann. Was ist das denn? Ich hab' das Gefühl. Ich hab' das Gefühl. Das ist natürlich logischerweise. Ich wundere, woher sie sich auf dem Messer befinden. Wie komm' ich denn da rein? Wieso machen die Haken? Ziemlich einfache Sache. Ich geh' davon aus, hier wimmelt's bestimmt nur von Sicherheitstypen. Oder auch nicht. Ich hab' einen Haufen Kohle hier. Oh, hier kann man ja. Oh. Ein Syxophon. Schwarzau. Ich glaube, dass sogar in einer restriktiven Bereich diese Kräger brauchen jemanden, um die Flaschen zu schlafen. Die Politiker und Wissenschaftler sind nicht überrascht, was sie sich rund umgeben haben, weil ich ein halb-leitertes, kleines Junge. Aber ich kann sagen, dass sie sich aus dem Schlafen schlafen, weil sie sich auf dem Stadion lockt haben. Ja, Sir. Sie müssen darüber reden, und sie wissen nicht, ob sie aufhören oder aufhören. Was ist das? Ach, guck mal. Mit... Einigermaßen so groß. Mit zwei Jahren, fünf Jahren so, elf so und so. Hm. Ich glaub, was ist da ein... Finger halt von der... Alten. Spraymium. Krasse Scheiße, oder? Wissens. Wissens. Jetzt hab ich auch nicht Kohlen. Lalalalalalala. Oh, sieht nicht gut aus. Die haben irgendwie... Danger! I don't want to speak to the machine. Okay. Du darfst nicht betreten, das geht. Fairly. Was soll ich denn machen? Was zur Hölle machen sie zu ihr? Herr Thompson, ich habe den gesamten Fuse-Banker verwendet. Und die Lichter waren alle in der letzten Nacht. Die letzte Nacht? Lass es wieder gehen. Wir gehen durch Boxen und Fuse-Banker jeden Tag. Und sie sind nur in der Siphon. Ich will nicht... Oh! Oh, was passiert hier? Was? Alter! Krass! Sie haben ihn übelst gefoltert. Ich kann das nicht hören. Oh, hier sind die Bilder. Das ist der Aufnahmeraum, was sie da gemacht haben. Übelst krass. Alter, hier... Das ist das Mädchen, also. Das müssen wir dann so finden. Sieht aus wie... Evelyn? Vielleicht? Nee. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Mädchen heißt. Nennen wir sie... Einfach... Namenlos. Oh! 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 Aufnahmen! Hier war wahrscheinlich den ganzen Tag... ...beobachtet. 415. 12. Huhe! Was macht dieses Mädchen nur? Beziemlich... ...richerig. Irgendwas rächen die da aus. 5.02.12. Paris! Mmh, 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 aha! Tja... ...malt irgendwie... ...wahrscheinlich den ganzen Tag beobachtet von diesen Spackomanien hier und das ist so... ...wahrscheinlich so eine Art... ...Versuchs Kaninchenraum oder so oder ich denke mir ja so eine Art wie Big Brother... ...Spanien Single... Was? Wenn ich da reingehe? Ne, passiert nicht, wenn du mal... Ich lebe mich jetzt mal voll da rein. Uh! Ne? Schade, ich dachte noch auf meinen Schatten. Na gut. Sechster, vierter, zu elf. Sechster, vierzehnter... ...elf. 1911 wahrscheinlich hieß das du. Mmh, mmh... Ne, hä? Sechster? Ich hab keine Ahnung. Hm... Bitte. Schade. War grad so interessant. Also auf jeden Fall, ein was ist Fakt. Diese ganzen kranken Idioten, die hier... ...beobachten dieses Mädchen... ...tagelang wahrscheinlich so... ...wie Big Brother...